Beate trank von ihrem Bier und sagte, verdammt, das habe ich zu lange stehen lassen, da ist jetzt die ganze Kohlensäure raus und kein Schaum mehr drauf. Das mit dem Schaum kommt davon, sagte Förster, dass die hier offenbar Spülmittel verwenden, dadurch wird die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt und das verhindert die Schaumbildung. Hey Beate, was machst du denn hier? Plötzlich stand eine Frau neben dem Tisch, die Förster noch nie gesehen hatte. Sie trug ein schulterfreies dunkelrotes T-Shirt, in der Hand hielt sie eine helle Jeansjacke. Sie war ziemlich groß und noch etwas älter als Beate. Mensch Petra, das ist ja ein Ding, was machst du denn hier? Beate sprang auf und fiel dieser Petra um den Hals. Ich mache in der nächsten Spielzeit eine Assistenz am Schauspielhaus, sagte Petra und suche gerade eine Wohnung, wenn ihr was wisst. Diese Petra sprach mit einem schweren schwäbischen Dialekt, der für Förster immer klang, als könnten sich diese Leute nicht entscheiden, ob sie reden oder irgendwas runterschlucken sollten. Petra, das ist Förster, wir machen einen Film zusammen. Wir machen einen Film zusammen, dachte Förster, das klingt echt gut. Hey super, hallo Förster, sagte Petra und setzte sich einfach dazu. Bist du Schauspieler oder was? Er oder was, sagte Förster und hielt sich für ziemlich schlagfertig, aber Petra runzelte nur die Stirn. Förster soll das Drehbuch schreiben, stellte Beate klar. Was ich noch nie gemacht habe, gab Förster zu bedenken. Egal, meinte Beate, das kriegen wir schon hin. Das Wichtige ist, Förster ist von hier, der kennt sich aus, der weiß sogar, wieso das Bier keinen Schaum hat. Petra sah ihn an, als wäre er ein seltenes Tier, von dem man nicht wusste, ob es nicht vielleicht gefährlich war und sie sagte, interessant, erleuchte mich. Wieso hat das Bier keinen Schaum? Das hat mit dem Spülmittel begann, Förster, aber Petra unterbrach ihn. War nur Sprass, interessiert mich gar nicht und dass du von hier bist, hört man gar nicht. Dieses Argument war Förster nicht unbekannt. Fränge und Brocki beispielsweise hörte man sehr viel eher an, wo sie herkamen. Meine Eltern sind nicht von hier. Ach nicht? Und vor wo kommen die? Ganz schön neugierig, dachte Förster, aber er antwortete breitwillig. Mein Vater kommt aus der Nähe von Schleswig und meine Mutter aus dem Saarland. Saarland, da gibt's doch auch Kohle. Richtig, im Donetskbecken auch, dachte Förster. Die ging ihm ziemlich auf die Nerven, diese Petra. Und was macht dein Vater? Ist der auf einer Zeche oder bei Krupp oder so? Förster fand, in diesem breiten schwäbischen Dialekt klang eine solche Frage noch absurder als sonst ohnehin schon. Mein Vater ist Privatdozent für amerikanische Geschichte an der Uni und meine Mutter ist Studienrätin für Französisch und Musik. Das schien Petra ein bisschen aus der Bahn zu werfen und zu enttäuschen. Du bist ein Akademiker, Kind? Ich dachte, du bist von hier. Mensch, Petra, sagte Beate, was hast du denn für Vorstellungen von den Leuten hier? Du bist eine Snobbin. Snobbin, dachte Förster, das gibt es hier eigentlich gar nicht, aber Snob hätte natürlich auch nicht gepasst. Sprache schafft Bewusstsein, hatte er im Nebenfach Germanistik gelernt und manchmal, dachte er, ist es eben auch umgekehrt, da schafft das Bewusstsein die Sprache. Muss ja nicht falsch sein. Petra sagte, sie müsse jetzt los und stand auf, während Beate sitzen blieb, nur die Hand hob und meinte, Petra solle sich mal melden, wenn sie eine Wohnung gefunden habe. Sich von Förster zu verabschieden, hielt Petra nicht für nötig.